Gottverdammter Glückspilz, 1935 Gottverdammter Glückspilz, 1935 Gottverdammter Glückspilz, 1935 Fuck! Nicht gut! Der Dreckskaiden kommt! We could be peeling you off the front of the train. He just got a good break is all. Sergio Morello's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you tore off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car, he'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yes, don't drop it. Shake it. Smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! Get it done, Tommy. For all our guys, Morello's killed. And for all the money, he's taken out of our pockets. I'll take care of us. We come back to Mafia. If Morello wakes up one morning and wants to come heavy? He'll come heavy. No, no he won't. He goes with his gut. If there's one thing he's got, it's gut. He'll see all of Little Italy burn. To the ground. Ja, und nachdem ich ja das letzte Mal hier diese Special-Folgen gemacht habe mit der freien Fahrt auszuprobieren, dachte ich mir, ähm, gehen wir einfach mit der Mission, also mit der Story weiter. Ich glaube, es ist schlauer, das Ganze eher am Schluss anzuschauen. Da man ja bestimmte Dinge eigentlich freischalten muss. Von daher mache ich das dann lieber am Schluss. Und schauen wir jetzt erstmal wieder die Story weiter an. Und, ja, können wir ja auch noch schauen, ob wir überhaupt jetzt diesen Typen erledigen können mit dieser schönen Bombe die wir bekommen haben. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, wenn ich natürlich die Karte an hätte, würde ich bei den Missionen ja eigentlich sehen, wo das die Collectibles sind. Allerdings habe ich mich jetzt schon daran gewöhnt und möchte das Ganze hier ein bisschen clean halten. Von daher lasse ich das jetzt trotzdem einfach aus. Und die Collectibles, die ich dann in den Missionen halt nicht gefunden habe, ja, lasse ich dann halt einfach übrig. Dann läuft es ja auch ein bisschen schwieriger und man hat ein bisschen mehr Kinofeeling. Und man muss ja nicht wissen, wo die Krieger sind. Eigentlich soll ich auch öfter die Spiele so spielen, denn das ist irgendwie ein bisschen spannender und mehr Immersive, wenn man so schön sagt. Okay. Fuck. Ah, komisch! Naja, alles gut, müsste nicht. Fuck! Kommt schon. Verpisst euch. Ja. 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 Die Suspeck wurde in der Stadt verloren. Wir finden sie. Ja. 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 Durch die Hinterggeren kann man hier wahrscheinlich nicht. Aber man kann sich von rechts anschleichen und über den Zaun springen. Ich drücke immer auf dem Gamepad die Fasche-Taste. Ich drücke die Fasche-Taste. hat niemand gesehen sind nicht verdächtig rufen wir jetzt die Cops an oder? wie? oh shit das ist nicht Sergio oh nein oh nein oh nein oh nein Gabi, was ist denn da? zurück 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 vinni Ich habe einen Restaurant im Orgies-Restaurant über die Stadt. Du musst da schnell wegkommen. Und wieder mal läuft dein Plan nicht so wie es sollte. Die arme Frau. Die Polizei sagt, dieser Mann hat noch nie zu beobachten. In der falschen öffentlichen Assassination von der Stadt-Kolse und der Stadt-Kolse. Die Kirilati wurde verabschiedet. Aber das nennt wir uns ja mittlerweile schon gewohnt, dass dem nichts nach Plan läuft. Das ist die falsche Art der Schleimung und der professionellische Art von der Stadt-Kolse. Giorgio Steiner. Nein! Der wollte ernsthaft ne Kellnerin umbringen Ja, ja, ja! Komm, wir hatten einen Scheiss-Tommy-Gundier! Treff gar nix! Ich mach halt schon echte Dricks-Arbeit. Okay. Ich werd' nicht erschießen. Ich glaub' schießen kann ich nicht auf den Typen. Komm schon! Alter, ich bin fast tot! Ich muss ein bisschen zurückbleiben, sonst sterbe ich gleich. Okay, das muss ich... Jo! Ach komm, please! Oh, Mann! Sah gut aus, aber... Oh, Mann! Schade! 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 Schade!